Hi Leute, du kommst mit bei Teasy! Und wir kommen heute zu einem neuen Hellspin! DAS! Ja, das TOTI steht kurz davor. Wir beide haben unsere ganzen Münzen zusammengekratzt und heute könnte es zu einem Probe vor dem TOTI führen, Freunde. Ähm, Hellspin Discard, ich zeige mich ganz kurzes Rat. Da stehen Sachen wie Neymar, Kammer Wingar, Sonn, Eike, Neymar. Zweimal Fire vs. Ice. Ihr habt natürlich wieder ein Like da gelassen, was ihr doch definitiv nicht sollt. Auch gerade heute nicht, weil, ich sag euch ganz ehrlich, nächstes Hellspin-Discard für die Toadie-Zeiten. Da muss es nicht sein, dass ein Spieler dreimal draufstehen. Kein Daumen nach oben da lassen. Proski haben wir natürlich auch was aufgenommen. Checkt es aus. Es war ein Spitzenvideo. Wie geht's? Wie steht's da drüben, Herrne? Wenn ich hier mit der Bärchen passe bin, da kann mir nichts passieren. Ja, Freunde, seitdem der Mann da drüben seinen Kaffee hat, da läuft's. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir labern ganz lang rum. Fire vs. Ice gibt natürlich wieder einen Extrapunkt. Und ja, Abfahrt. Rein da. Für uns gut Lack, für Proski kein Lack, bitte. Oh, danke. Ja, ebenfalls. Direkt Karma geschluckt, Dicker. Zimbo. Verdient aber auch. Zimbo. Ich sag's dir ganz ehrlich, es war... Schön. War das die Karma-Schelle vom Toadie? Ich hoffe, ich spieg euch jetzt mit dem Spieler, den ihr gezogen habt. Shit, was ist ein 3-5-2 mehr als nächstes Mal? Da lege ich mir wirklich so geisteskrank Auge, dass sie einfach in Ronaldinho gezogen hat. Dicker, war das krank, Alter, ne? Das fack mich richtig ab, muss ich sagen. Ich hatte aus dem gleichen Päck einen Chef-Chenko-Duplication. Egal. Oder die. Boah, ich weiß es nicht. Kann ich die andere mitnehmen, oder? Ich hab von der keine Erfahrungswerte. Ja, ich weiß von der, aber eigentlich auch nicht mehr aktuell. Aber vielleicht ist so ein bisschen ZOM so der Gönner, aber bei 4-2-3-1 läuft's ja manchmal auch. Aber, ey! Ich kann ja nur mit Rat und Rat zur Seite stehen. Probier den Wohnen nämlich in die Verantwortung. Gehen die mal mit L-M-R-1 war eigentlich mal Muck, dass so die kommen. Gut gemacht. Gute Entscheidung, sag ich dir wie es ist. Ich baue Info im Draft hier. Ja, nur mit. Setz dich runter, Digga. Wirklich? Ja, safe. Ich fang jetzt nicht hier mit so einem an. Zeig dir, wie es ist. Okay. Fang ich nicht an, Timbo. Fang ich nicht an. Ich fiel hoch hinaus. Ja. Digga. Alter Fuck. Ach Digga. Oh mein Gott. Hat der einen Schlag ins Gesicht kassiert grad. Oh mein Gott. Los, ich erzähl's dir ganz kurz. Oh mein Gott. Als Captain wurde nen Ricken angezeigt. Timon nimmt aber einer mit, der nennt die Formation passt, weil er sagt, Digga, ich starte nicht mit nem Ricken. Er geht auf die Position, wieder drauf, kriegt nochmal nen Ricken, muss ich ihn mitnehmen. Geht. Alter. Timbo. Was soll ich sagen, ist das klick? Gar nicht gut, was ich ja... Boah, ist gar nicht. Ich bin nicht ein Sam, oder? Boah, ist gar nicht. Du kannst ja nicht mit nem V-Laser da rumrennen. Okay. Ein bisschen Stolz und Ära hast du auch. Hm. Hab dich. Na na, haben die noch Mike jetzt? Hallo? Hm. Ja, wir haben gerade eine gesehen, aber es ist so ein... Ja, Timbo! Ewe, Ewe bist du da. Ah, Ewe gesagt, da hatte Timbo. Ja, direkt in der Land. Fangen wir an zu arbeiten. Wir fangen an zu arbeiten. Aber ich brauch davon mehr. Was ist das für... Einmal gut, einmal schlecht, oder was? Hey, bitte. Okay, ist jetzt aufgehört. Boah! Schraub Oberdorf? Nee, das ist zu viel. Wie hättest du denn zu deiner Pajor gepasst? Dann nimm sie aber mit. Dann hätt ich nie wieder rauskriegen am Ende. Ja, super. Das ist hart, da musst du mit, doch. Das tut auch weh, aber... Muss. Muss. Hast du doch mal sonst... Ey, ich hör's ja, da kommt ein gutes, schlechte, gutes, schlechte. Gott Frey. Sagst du mal, Gott Frey? Du kannst dir da Mütze... Ja, ich muss konzentrieren. Ja, perfekt. Na mit. V-Maldini. Ja, na mit. Wollen wir mal einen V-Mann einpacken. Ja, das wird schlecht. Könnte ich natürlich auch noch die reinklatschen, aber das sag ich wirklich. Das ist aber zu viel. Musst du aber. Nein, muss ich nicht. Muss ich gar nichts. Simbo, da bringt... Aber da ist sie doch durch. Herr Simbo, was soll ich noch machen? Ja, wann ist sie durch? Simbo, das ist zu wenig, nur weil sie Simon heißt. Das ist gut. Schöner Name. Siehste, kannst du für Frau und Mann nehmen. Ja, mir soll ich noch Fromms hinreißen. Ja, Max Reiner, das ist doch alles gut. Ja, wie soll ich die denn wieder rauskriegen? Ja, muss doch gar nicht. Was ist das geschehen? Warum willst du die denn raus haben? Was hast du denn gegen die? Ja, haben die Rating? Ja, 87, die eine. Hier läuft aber auch gar nichts, Männer. Hier auch nicht. Brechen wir es an. Ja, stimmt, wir müssen uns mal ganz kurz. Die Mitte ja auch, ne? Geh ich jetzt auf Römerige, oder was? Wer ist damit? Nee. Ach, Simbo, warum denn jetzt? Ja, hör doch auf. Ich mach das Spiel schnell mit, Simbo. Du, Arnie. Elf. Simbo. Da hab ich die Beste mit. Ja. Warum bin ich jetzt auf Frauenfahrt gefangen? Mann, ich bin aber auch gefangen, Alter. Kann der ZDM? Oh Mann, ich krieg nur Non-Rare. Was ist das? Ich hab ja viele Spieler noch. Ist schon vorbei. Nein. Da kann man nur ZM. Okay. Einfach ST, aber... Nämlich den? Wer kann ST? Ja, Thiogo. Ja, den nehm ich mit. Ja, ja. Aber, also... Besser wird's ja auch alles irgendwie nicht. Ja, ja. Sehr schön. Richtig. Ohne Reden. Ohne Reden rein da. Jetzt kannst du auch wieder die gute Dame vorne reinstellen. Die Frau Stürmerin wahrscheinlich, oder? Nee, lang da auch noch. Hör doch auf. Entspann dich doch. Bleib doch mal cool. Dein Fitna. Da. Wow, du hast das? Scheiß Fitna-Zimbo. Mach ich's an. Kann ich das Beste mitnehmen? Oder du... Na, kann er nicht. Ja, das ist das Beste mit. Alter. Das ist richtig angespannte Stimmung, Alter. Das ist richtig angespannte Stimmung, Alter. Das war's halt auch nett. Nee, ehrlich nett. Was hast du denn noch hier? Oh, Frau James. Oh, der kann ZDM. Was? Was? Ja, er kann ZDM. Der Frau James wird auch zu Claire passen, aber... Oh, die könnte ich halt auch durchstellen. Guck mal, ob jemand Stürmer kann. Das ist aber auch scheiße alles. Geh nochmal rüber. Geh mal, ähm, drück mal auf Viereck. Warum? Ja, er kann doch Stürmer. Dann kannst du den vormachen. Wer kann Stürmer? Van Basten. Ah. Ja. Dann nimm Rivaldo mit. Ist das gestört? Ist das gestört? Ist das gestört? Ist das gestört? Ist doch alles gut. Nee, das ist aber nicht gestört. Das ist nicht gut so. Ja, so langsam kommen sie doch. Alter, kannst nicht. Wie krass. Keiner kann es. Das ist so krass. Außer der. Die Beste mit. Aber was habe ich denn, was habe ich denn getan? Warum? Habe ich ihm irgendwie vor die, vor die Einfahrt geschissen? Oder was ist ein Haufi gelegt? Oh, wir haben hier wieder der alte Kollege. Lamkel C. Guckt wieder aus der Karte raus. Kann ich so einfach mitnehmen? Sag ich wie es ist. Ja, musst du. Sag ich wie es ist. Mit 100 Subs, Robert. Sag ich wie es ist. Ich bin einfach fertig und es ist nicht gut. Fertig, Zimbo. Also, ich sage dir ganz ehrlich und das ist auch gar nichts. Das ist so ein Muchding, sage ich dir wirklich. Selten gebaut. Ich habe immer was zum Drücken, Zimbo. Das wird dich achten. Ich habe immer was zum Drücken. Oh mein Gott. Ist das scheiße. Das war es, Zimbo. Ach, Zimbo. Es wird mir leid, ich habe versagt. Das ist bei euch noch schlimmer oder was? Zimbo, das ist eine Katastrophe wirklich. Also, wir haben 1, 2, 3, wir haben zwar 4 Icons drin, aber die Auswahl ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe 5 Icons und wir sprechen die gleiche Sprache, aber mehr sage ich dir noch nicht. Ich gucke mir schon mal. Ich gehe gerade umbaut, Zimbo. Karle, du bist ja eine richtige Macher. Trotzdem hat er aber schön umgebaut, Zimbo. Der Einsatz hat mir gefallen von dir. Mehr kann ich nicht. Nee, nein. Mehr kann ich nicht mehr rausholen, Zimbo. Ich habe gerade gut gekämpft. Deine Ricken da oben, wie er auch schon guckt, wie er aus der Karte kommt. Aber ich sage, weißt du, was er kaputt gemacht hat? LV Simon mitzunehmen. Das war der Wirt. Hast du eine andere LV gekriegt? Bestimmt wäre was gekommen. Ja, wahrscheinlich. Das war der Wirt. Ich kann abholen. Ich hole ab. Die Simons sind hier heute nicht schuld, sage ich dir ganz ehrlich. Naja, beide Simons schuld. Nein. Gleich wie es ist. Hier, Katschapa. Nö, bitte Katschapa. Da lacht er erst glücklich. So fühle ich mich gerade nach meinem Friseurbesuch. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, du hast gewonnen. Das ist das große Problem. Nein. So ein lebkore Tag nicht. Doch. Zimbo. Wir haben reine Mannschaftsbewertung. Machen wir doch keine. Drehen wir doch. Es ist eine 120. Okay. Extra Punkte? Einer. Ein mickriger. Lümbelpunkt. Ja, Digga, aber dann achte mal, wie knapp ich gewonnen habe. Ich habe nur 122 und ich habe nicht einen Fire vs. Eis gesehen. Ja, aber du hast gewonnen. Ja, weil ich habe nicht einen Fire vs. Eis gesehen. Pro, unser Grundgerüst, das ist katastrophal. Es ist wirklich katastrophal. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich schmeiße den Fehlerball zu dir, weil du am Anfang den Rücken mitgenommen hast. Und ich am Anfang wieder zu großkotzig rausgekommen. Hoffentlich kriegt ProSkin eine Scheiße. Karma geschluckt. Nein, nein. Du hast mir einfach die 4. Nein, Karma geschluckt. Ja, ich habe Karma geschluckt. Karma geschluckt vom Toti. Einfach einer reingekriegt. Ich habe Karma geschluckt. Ja, geh ans Rad. Viel Spaß. Ich sage dir ehrlich, ich bin froh, dass ich gewonnen habe. So alles, was man selber nicht diskarten muss vorm Toti ist erstmal prinzipiell schön. Aber ich bin mit der Performance nicht zufrieden. Muss ich auch mal ganz ehrlich. Das ist halt auch, da werden echte Legenden geboren. Selbst im Erfolg bin ich noch unzufrieden. Sag ich euch so wie es ist? Sag ich euch so wie es ist? Sag ich euch so wie es ist? Da muss man oft im Erfolg sagen, ey, das war ein dreckiger 1-0-Sieg. Sag ich so wie es ist? Achso, Neymar. Bitte kein Switch. Müh. 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 Zwischen Neymar und Son. Ein Müh. Aber es ist eine Icon mit einer Mindest Price Range von 545. Oh nein. Das kann krachen. Ganz normale Basis-Icon dann, ne? Ne, einfach Liga-Icon, dass alles kommen kann. Ah, stimmt. Das ist ja. Ah, okay. Gut, dass du uns da nochmal drauf hinweist. Ich nehme jetzt einfach quasi den Rivaldiniu, den ihr gezogen habt und stecke ihn euch zurück, wenn sie vorschlägt. Ah, da werde ich krank. Legt doch nicht zu Auge, Proski. Ist doch klar. Ja. Wir sind drauf. Ist was Schönes da? Mhm. Mhm. Die 9. Kassiers für 500k. Ja. Es waren aber auch nicht viele Ausreißer dabei. Mhm. Aber waren welche dabei? Ne, ich glaube einer, ich glaube ein Figo für 700 oder so. Ja, ne. Hier, das Deutschkopf 533. Hier in den Raul für 795. Ah, Raul für 800. Ja. Ach nee. Ah doch, ich kann, wir müssen eh tauschen, weil wir haben den einmal Anteil im Verein, deswegen. Ja, das Schlimme ist aber. Abwärtstrend, Simbo. Abwärtstrend. Abwärtstrend. Abwärtstrend, wieder 500k weg. Timo sich nochmal schlechtes Karma reingeholt. Auf unserem Kornwall. Ja, Freunde der Sonne. Hier, dass ihr es auch nochmal seht, das ist der Gekaufte. Ähm. Ja. Ich sag euch am Ende des Tages, die Todi-Zeit wird hart. Wir müssen jeden Cent und jeden Coin zusammenkratzen und das wird uns fehlen. Das wird uns einfach am Ende des Tages fehlen. Und nächste Woche gibt es ja wieder einen Hellspin und wieder einen Hellspin. Deswegen seid ihr wenigstens zu uns glänisch lassen. Und dann wieder. Und dann wieder. Ich glaub, du hast das für den Jakobsweg. Ja. Und dann wieder. 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 Wer weiß, woher das kommt? Ja, wie ist denn das raus? Schreibt's in die Kommentare. Wer weiß, woher das kommt? Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Tschüss. Und dann wieder. Und dann wieder.